Schiebern! Nein, 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 nicht schiebern! Nicht schiebern! Nicht schiebern! Wir sind freundlich! Ich... Jungs mal ganz kurz... Wo... Wo seid ihr? Oh mein Gott, hier schießt einer! Ich bin zusammen jetzt hier! Oh ich höre den schießen! Ich seh da oben... Warte, warte, warte! Legt euch mal alle hin! Ja! Legen! Ok, hier läuft einer weiter! Ich lass ihn mal laufen! Ich lauf's mit ihm! Ich bin hier aufgestanden! Siehst du den da unten in der Stadt oder was? Ich glaube, ihr seht auch die Stadt die gleiche, die wir sehen! Komm, wir gehen da... In der Stadt, die ich seh da verfolgt... Einer Spieler mit ner Waffe... Hat grad einen ohne Waffe abgeschossen! Hat man irgendwie nen Kompass oder so? Und irgendwas... Was in kein Position? Keine Ahnung! Ne, wir haben gar nichts, man! Also wir laufen erstmal zusammen hier! Ich weiß aber, das sieht mega weit aus! Seid ihr beide auch zusammen? Ja! Nein! Ich steh nur seine Honigwabe! Ja, dann findet euch doch erstmal... Ihr habt da keine Karte, ne? Ne, ne! Also Kevin und ich sind aufeinander zugelaufen! Ja, das machen wir auch! Aber da ist halt jetzt ein Spieler bei mir dazwischen mit ner Waffe und da läuft er auch drauf zu! Okay! Echt? Dann läuft er auf mich zu! Ja, aber ich glaub wir sind noch weit in... Oder? Du bist oben? Bist du oben auf diesem Berg? Genau, ich lauf jetzt langsam mit unter! Ja! Da sind die Bäume so Ecke! Hier Ecke! Ich seh dich! Ich seh dich! Ich seh dich! Ich seh dich! Wenn ihr dachtet, Daisy hat schlechte KI an Zombies, das ist insofern schlecht, als dass sie einfach ziemlich ungefährlich sind! Aber es sind viele! Okay! Und wenn die dich in die Ecke drängen, dann könnte es schon sein, dass die dich treffen! Wie ist das? In den Häusern? Sind die da auch langsamer? Ne, die sind nicht langsamer, die sind generell... Wow! Alter, wer ist das? Hey! Hey! Scheiße, falscher Channel! Hey man! Go away! Please! Go away! Or I have to kill you! Du bist jetzt in der Scheune, ne? Ja! Wir sind auch... This is the last warning! Das bist aber nicht du hier bei mir in der Scheune, ne? Ne, ne! Ich bin weiter unten an der Straße! Der hat mich festgenommen! Was? Der hat mich festgenommen! Warte, ich komm dir helfen! 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 Please, I'm friendly! Let me go! Ich seh keine Scheune, Mann! Warte, ist die Scheune an der Stadt? Die ist an der Straße, so 10 Meter daneben! Bisschen auf der anderen Seite des Berges! Okay, ich konnte mich befreien! Now you have to die! Hat der eine Waffe? Ne, der hat aber irgendwie Handschellen! Okay, das ist der, der da wegläuft, ne? Ja, ja gut, dann lassen wir ihn mal! Hat einer von euch ne Waffe? Nur Äxte haben wir! Siehst du auch so beschissen aus wie ich? Wahrscheinlich! Ja! Oh, da unten müsste die vielleicht die... Die bist du in dem Tal unten, in so'n Flussbett? Genau! Okay, dann weiß ich glaube welche! Hey, die Zombies meinen ja gar nichts! Jaja, also es sind normalerweise... Nach dem Restart sind halt unzählige Zombies! Wohl, wer schießt? Da wird geschossen! In der Stadt wieder! Da wird ja richtig geballert! Wir sind gleich in der Nähe, Kevin und ich! Seht ihr schon ne Scheune irgendwo? Ne, wir gucken aber irgendwie... Bei mir ist es ganz fies, ich kann hier nichts erkennen! Loll! Der Mucker zum Zombie geworden? Der sah aus wie du! Du, was ist denn das für ne Scheune? Also was für ne... Das ist so ne lange, lange braune! Achso, eine! Der Bastard mich einfach fest! Ich sag, geh weg oder ich bring dich um! Und der nimmt mich einfach mal fest! Kann ich jetzt den Mucker eigentlich auch festnehmen? Take hostage, ja! Ich glaub, weil ich hab Klebeband eingesammelt! Ich glaub, damit kann man Leute fesseln! Ja, Ducktape passt ja! Okay! Meint aber nicht! Da läuft einer! Jaja! Da hat einer ne Waffe, man! Wir verstecken uns! Komm! Wenn der uns sieht, der ballert uns um, man! Könnt ihr ne Stadt sehen oder sowas? Fuck! Ja! Da ist er aber nicht in nem großen roten Gebäude! Scheiße! Ist er da reingerannt? Wir sind aber außerhalb der Stadt! Ist ne Scheune! Moment! Hier vorne war nämlich auch ein Gebäude! Er kommt zu uns! Er kommt zu uns! Und in der Scheune liegt wieder der eine ohne Waffe, Mucker! Ne! Er geht da hoch! Er ist hochgekommen! Da ist die Leiter hoch! Also aufs Gebäude drauf! Ja! Ja, aber der ist ne Sniper, Alter! Da kann er uns wegholen! Wenn wir Pech haben! Dann müssen wir versuchen! Hast du gehört, Mucker? Jaja! Da liegt er wieder! Wollen wir den da wegen Angst einflößen? Warte, warte, warte! Ich lauf einmal außen lang! Ja! Der hat aber gar nichts, ne? Also... Warte! Warte! Er kommt zurück in die Stadt! Er kommt zurück in die Stadt! Er kommt zurück in die Stadt! Ey, warte, wir können add a group machen! Da war was zum Looten! Ja, aber was wollen wir mit dem? Wir wollen doch... Guck mal, der ist jetzt dabei! Kann man ihn wieder entfernen? Kann man ihn wieder entfernen? Ganz schnell weg jetzt! Fuck, der hat mich gesehen, glaube ich! Super, den kann man nicht entfernen! Dann wird ein Kerl in der Gruppe! Eieiei! Ich glaube, die Fraktionen halten zusammen! Das ist aber nur beraten! Also ich weiß das nicht genau! Hast du mich festgenommen oder hat der mich festgenommen? Nee, ich hab nichts gemacht! Der hat mich festgenommen! Oh, der schießt auf uns! Hey, why are you doing this? Kevin, er schießt auf uns! Oh, ihr habt's gemerkt! Because I'm almost dead! Das trifft mich eh nicht, Mann! Run away, bitch! Run away, bitch! Ich glaube, der hat keinen... Der hat keinen Dings... Keinen Aufsatz! Run away! Hast du das Tape abgeklickt? Nee, geht eigentlich nicht! Guck mal, ob du das entfernen kannst! Er verfolgt uns auf der linken Seite der Straße! Haben wir gesehen? Oh Mann, Alter! Wir sind bei diesem großen... Kann ich dich schlachten oder was? Hat sich hingelegt zum Schießen! Mach's mal! Ja, ja, ja! Leute! Oh, heilige Scheiße! Oh, der wird geschossen! Oh, der schießt auf uns! Der schießt auf uns! Scheiße, Mann! Warum dauert das so lang? Ich seh nix mehr! Hat der mich gehauen? Nee! Ich hab dich gegattet! Was auch immer das heißt! Aber wo ist denn die Scheune, Mann? Oh mein Gott! Go away! Aber du bist noch nicht frei! Wo ist die verdammte Scheune, Mann? Go away! Die ist bisschen weiter weg von der Stadt! Laufen wir in die richtige Richtung, Mann! Geht's dann nirgends nen Buckel runter oder so? Würde ich sagen, ja! Wo es runtergeht! Der Typ uns wunderbar folgt! Die ist im Tal! Entweder auf der einen oder auf der anderen Seite! Auf der anderen Seite! Da läuft was! Ah, Zombie! Muckel, ich hab dich glaub ich frei gemacht! Okay! Ich glaub ich hab nur noch ein Blut! Ich seh wirklich nur so'n Pfützelchen! Vom Bildschirm! Dann hab ich dich jetzt echt zerschnitten! Oh warte, ich kann nicht bewegen, Leute! Ja, ich hab halt... Ich hab Gutt Hostage ausgewählt! Rechts! Habt ihr die Scheune? Ja, 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 ja! Wir sehen die Scheune! Ja, wir haben sie! Aber es kann sein, dass wir Besuch mitnehmen! Ja, einer mit der Karte! Na gut, wir haben hier ne Geisel, der sterben will! Ist ihm tot! Ich hab ihn umgebracht! Die Muckel ist tot! Ich glaub du hast mich zerschnitten oder so! Ich hab Muckel beim lebendigen Leib in Scheiben geschnitten, Alter! Wir kommen jetzt in die Scheune, ja? Ja, ich hab gerade den Kerl umgebracht und Muckel ist jetzt auch tot! Ja, hier, hier, hier! Hallo! Moin! Dann versuch die zur Gruppe zu adden! Dass wir uns schonmal haben! Seid ihr schon in die Stadt losgelaufen? Ja, ne? Wir sind im roten Gebäude! Genau! Ach, ich glaub ich seh dich an der Straße! Da läuft aber einer mit Knarre an der Straße! Ich bin rechts von der Straße in deine Laufrichtung! Okay! Und der mit der Knarre, der läuft gerade jetzt über die Straße! Okay, genau! Den seh ich! Ich bin hinter den so 100 Meter! Ja, ich seh ihn auch! Dann bin ich abknallen! Boah! Kratz, 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 kratz! Ey, wir müssen ihn in die Scheune loggen, Mann! Und dann richtig mit der Axt raus! Ah! Oh, der schießt auf dich! Ja, ja! Wenn der dich nicht tifft! Oh, nein! No way! Ich beobachte das! Sollen wir den einfach alle äxten? Tudu, wo bist du, Mann? Wollte ich ja dann auch machen! Ich loote hier drin! Wir müssen ihn ins Gebäude locken, um ihn zu axten! Okay! Also ich bin jetzt in dieser rostigen großen Scheune und beobachte das Ganze! Der Typ rennt noch nicht zum Looten! Wo ist denn der Typ, Grantl? Ich bin jetzt neben dir! Ähm! Boah! Wer ist hinter uns? Ich! Ne, ne! Da hinter noch nicht! Guck! Geradeaus! Da rennt gerade zu Kevin! Siehst du das? Mein Baum? Ja! Lootet der den schon? Naja, er lootet jetzt gerade dabei! Gerade dabei! Aber der ist soweit weg! Bis wir da sind, knallt er uns ab! Guck mal, ich bin grad an der Straße! Ich bin an der Straße! Ich bin an der Straße! Wir haben wieder jemand im Buddysystem! Sir, you bin ich zum dritten Mal! Nein! Hinter uns! Aber jetzt ist er wieder weg! What the fuck! Das war doch Kevin! Schaffe ich den zu looten? Guck das mal eben an! Ja, er ist jetzt... Er rennt wieder weiter! Ich bin neben dem! Ich bin ein Haus weiter! Bist du hinter ihm? Ja, das bin ich! Alter, wenn er dich sieht, dann bist du weg! Ich hab Metal Gear Solid gespielt! Oh, sorry wegen der Katze! Kein Problem! Der ist weg! Alter, die Zombies auf der Straße! Guck dir das an! Die Reifen und schon rennen dahin! Fleisch! Fleisch! Katzenfleisch! Ja, Mucker, ich hab dich gar nicht ihm verfolgen sehen! Rennst du ihm noch hinterher? Nee, ich hab den nicht mal gesehen! Ist er weiter in die Stadt gelaufen? Ja! Okay! Bist du am Holztraum gerade? Genau, genau, das bin ich! Okay! Der müsste unter mir irgendwo an der Straße sein, ne? Ja, er ist... Ach du Scheiße! Der ist hinter mir dann! Er ist bei dem roten Haus hinter dir! Links! Ich weiß noch mal nicht, ob er dich gesehen hat! Bei den Pussys stehen wir hier! Leute! Da ist hier am Baum ist einer mit einer Waffel! Das bin ich! Das bin ich! Achso! Im Busch! Alter! Ist der Mucker! Oh mein Gott! Da ist der Mucker! Unfassbar! Aber wo ist der Waffe? Da hat ein Zombie ne Tasche an! Der läuft weg! Der läuft weg! Der läuft glatt den Berg hoch gegenüber! Der hat einen Rucksack an! Hab ich auch schon gesehen! Ich dachte das ist ein Spieler! Bist du... Ja du bist ein Burscher! Genau! Ich komme zu euch, dass wir uns enthängen können! Ja! Uff! Mucker was killed! Die Zombie sehen geil aus! Da kann man nichts sagen! Ja absolut! Guck mal die Worte da! Guck mal die Worte! Das ist echt cool! Es ist... Wie gesagt es sieht cool aus, aber die KI ist noch nicht optimiert! Oh mein Gott! Ich stecke im Gebäude fest! Ja okay! Aber alle mal besser als mit der Standalone! So hi! Hallo! So tag'n! 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 Add to Group! Ah da! Yes! Okay! Group System! Yes! So jetzt fehlt noch der Kevin! Wo steckst du? Oh Straße! Rechts oder links? Alter! Du bist meine Geisel! Fütter mich! Cut Tape! You failed to escape! Ja jetzt hast du nämlich das was ich kann! Du kannst dich nicht bewegen! Doch! Du kannst irgendwie nach links gehen! Nach links und rechts! Ja jetzt funktioniert das! Ich hab ihn mal befreit! Okay! Achso! Danke! Du bist tot! Halt's Maul! Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die hören sich aber nicht so spooky an finde ich! Nee aber das wär auch zu viel! Weil wie gesagt! Das ist ja nur so ein leichtes! Oh mein Gott! Das ist ja nur so ein leichtes Räuspern! Du musst ja mal nach nem Restart drauf gehen auf so nem Server! Wenn du da in die Innenstadt gehst dann kommen da echt Horden! Und dann wird das übertrieben wenn da richtig spooky Geräusche sind! Boah geiler Ghillie! Gib her! Du kannst nicht dein Inventory öffnen! Lass uns nie bei! Ja wenn du... Hast du irgendwas ansatzweise schon wieder... Ah ne 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 schlecht aber ihr könnt gerne schon anfangen! Ja womit? Wir müssen looten! Eben! Ja dann... Eigentlich müssen wir die Stadt hier uns mal... Ja dann machen wir das doch! Komm wir haben uns jetzt! Meine Aufgabe ist dann euch zu finden! Wo! Da ist... Hast du gesehen? Die reden die reden! Da hinten sind zwei Spieler an dem roten Haus! Wir schleichen! Wir schleichen! Komm ich komm ich komm an! Das sind Deutsche! Soll ich die ablenken? Ich weiß dann nicht wie die bewaffnet sind! Wollen wir uns befreien mit denen! Das sind Deutsche! Sind das die gleiche Fraktion? Da in dem roten Haus! Die haben Waffen! Die haben Waffen! Okay! Hey! Friendly! 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 Keine Sorge! We are friendly man! We are friendly! Please don't! Einer umzingelt euch! Hallo? Ja 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 ja! Ja wir sind deutsch und freundlich! Nein, nein, nein! Don't shoot! Don't shoot! We are friendly! Ich... Ich bin kein Bandit! Da sind vier Leute die haben... Wie heißt ihr denn? Ich bin Stefan! Ich bin Manuel! Ich bin Otto! Don't shoot them! We are friendly! We are friendly! We are friendly! You are the Bandit! If you want to shoot us! Ihr seid... Ihr seid euch... Ihr seid... Ihr seid... Ihr seid euch Jäger! Ja wir... Wir spielen zum ersten Mal Breaking Point! Wir haben nur alle zusammen irgendeine Fraktion genommen! Wir wissen schon dass wir die schlimmste Fraktion genommen haben... Die bei allen mit allen... ...verfeindet sind... ...die alle jeden töten! Nur zu wissen! Und die Klasse ist... Die alles killen darf... Dacht ihr wusste das? Oh man! Ja super! Dann haben wir uns ne Scheißklasse ausgesucht! Eingriff ins Klo! Eigentlich so ne Anfängerklasse! Ja dann passt er zu uns! Wir sind ja noch Anfänger! Alter wie... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja weil die alles killen dürfen! Und ihr kriegt für alles Punkte! Deswegen! Okay! Und die anderen dürfen nicht alles killen? Wollen wir mal in die Gruppe rein jetzt? Ja das wäre nett! Nee ich darf nicht alles killen! Alter die Zombies! Ihr kennt mal die Zombies hier! Ihr habt Äxte! Jawoll! Jawoll! Bink! Batsch! Bink! Bumm! Der eine mal shoot em! Shoot em! Shoot em! Shoot em! Yo yo! No man! Don't! Don't man! Alter der Zaun! Yo Leute! Ich hoffe das Ganze hat euch so viel Spaß gemacht wie uns! Wenn euch das Video gefallen hat... Lasst doch einen Daumen nach oben da! Oder kommentiert das Video! Schaut auch bei den anderen Kanälen vorbei! Einmal bei dem Grand Hill Bart der mitgespielt hat! Einmal bei dem Kevin.de! Und bei dem Turu der mitgespielt hat! Die Links sind in der Beschreibung! Hier oben habt ihr jetzt noch Arma 2 DayZ Mods 2 Stück! Schaut vorbei! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Auf Wiedersehen! ...